ja hallo und herzlich willkommen zur letzten pay-per-view preview des jahres 2018 und zwar zu tlc tables letters and chairs 2018 in san jose california findet es statt und an meiner seite ist natürlich wie immer der mischer guten abend ja ihr merkt schon an meiner stimme ich bin ein bisschen angeschlagen ich bin erkältet so ziemlich die fast die ganze woche kann man sagen wenn ich erkältet gewesen ich hatte jetzt in zwei wochen eher mit starken halsschmerzen zu kämpfen gab was da immer so morgens extrem wurde und dann im lauf des tages bisschen besser wurde aber das hat am nächsten mal wieder angefangen und dann letzte woche letztendlich die erkältung und ja ist nicht so schön aber wird schon besser obwohl heute hatte ich eher sehr viel husten müssen also nutzen husten reiz hatte ich sehr sehr oft momentan geht es noch hoffentlich wird es im laufe der preview besser beziehungsweise dass es nicht so viel mit husten anfällen hier in verbindung kommt du bist ja noch topfit denke ich mal ja wir haben jetzt seit knapp einem monat keine ausgabe mehr gemacht kann man so viel sein kann auch festgestellt dass wir länger keine ausgabe mehr gemacht haben mehr oft lag natürlich daran dass die schoss ich habe sie zwar gesehen aber wirklich sehenswürdig waren sie nicht korrekt und ich hab sie nicht gesehen und Prozent also beziehungsweise die nicht gesehen weil ich habe in den Bericht immer reingezogen und dachte mir dann okay die show ist scheiße dann habe ich den observer mir angehört und habe gehört okay die show war scheiße dann habe ich die ratings gesehen und habe dann gesehen okay jeder denkt die show war scheiße und dann dachte ich mir ne die show gucke ich mir nicht an ja das stimmt also die shows waren auch nicht gut ich habe sie alle gesehen ich dachte manchmal was habe ich mir da angetan das ist auch so weit gekommen dass ich jetzt nicht so wirklich normal wenn ich eine show gucke guckst du mir auch aufmerksam an jetzt war es meistens so dass ich jetzt ich habe raw laufen gehabt und dann auf einem anderen bildchen habe ich halt nebenbei gezockt oder so soweit kam es schon deswegen also die qualität ist nicht ganz so gut naja morgen soll ja Vince McMahon kommen mal sehen was darauf was da sich ergibt ja ja auf jeden Fall merkt ihr schon wir reden auch nehmen auch relativ spät auf für eine preview normalerweise nehmen wir relativ früh auf so freitag samstag mittags meistens jetzt haben wir sonntagnachmittag das heißt ein paar stunden ist schon der pay per view ja ja hast du vor freude drauf nein auch nicht wirklich also könnte natürlich wieder gut werden aber aufgrund des hypes oder der shows der letzten woche ist die vor freude sehr sehr gering also ich werde vielleicht live gucken ich würde ich mir noch aber naja wirklich große lust hat man nicht dass es mir dann auch ganz lustig habe ja mich am laufe der woche geschrieben dass wir ja die preview einfach machen und so weiter und dann ist mir so gestern morgen aufgefallen ist jetzt überhaupt diese woche pay per view habe ich irgendwas geschrieben wird falsch war oder so habe gedacht vielleicht ist es nächste woche dann euch das datum kommt nur so ohne der 15. ne ne da stimmt irgendwas nicht guckst noch mal aufs wann das genauer sagt man so morgen ist es schon da merkt man schon wie aktuell man auf den stand ist oder wie sehr die vorfreude ist gut ich würde mal sagen wir fangen direkt mal an ich würde mal sagen mit einer uninteressanteren matches und zwar das mix match challenge finale zwischen alicia fox und jinder mahal gegen kamele und a-truth ja das schiddieste pay per view match was ich jemals in meinem ganzen leben gesehen habe von den namen her kandidat für eines der schlechtesten matches des jahres das wird ein reines comedy drecks rotz scheiß piss match mit irgendeinem dance break zwischendrin ich hoffe so derbe dass es in die pre show kommt und ich es niemals sehen muss ich werde den pay per view nicht live gucken heißt wenn das match in der main show ist werde ich es zu 100 prozent skippen und werde hoffentlich aus meiner erinnerung verband das match aus meiner erinnerung verband und vergessen dass es jemals existiert hat ja das ist eine beleidigung für alle die sich dem pay per view gekauft haben die es network besitzen die vor ort sind vor allem also das ist einfach ein absoluter scheißdreck und in der mix match challenge ja vor allen dingen das finale von der mix match challenge zeigt schon wie prestigeträchtig dieses turnier war und vor allen dingen geht es ja hier um einen spot im royal rumble match als nummer 30 und das ist einfach nur fucking lächerlich also fuck off wenn man überlegt zu dem zeit wo es angekündigt hat waren auch leute bei wie styles charlotte baylor und so die leute waren ja alle noch dabei und dann sind im finale alicia fox jenna mahal kamela und art schuf ja mal ihr fucking turnier gebuckt ja mit styles drin und keine ahnung wem alles und dachten sich so ja okay nehmen wir mal rein dann gucken wenigstens leute zu wenn wir nicht die absolute reude vorm herrn da in die matches rein stellen und dann so nach gefühl zwei monaten haben sie dann gemerkt okay scheiße das finale ist jetzt bei tlc und styles hat ein match auf der karte und bella hat ein match auf der karte und keine ahnung was und stroman und stroman die scheiße die müssen wir jetzt alle rausnehmen ja und dann packt man da fucking art schruf oder jenna mahal ins finale also what the fuck nicht mal irgendwie keine ahnung almas und vega oder sowas von mir aus das wäre wenigstens solider ersatz gewesen oder miss und marie's ja miss hat kein match auf der karte oder miss und asker von mir bei asker hat match aber keine ahnung irgendwie sowas halt es gibt genug leute die keine matches haben und die tausendmal geiler sind als jenna mahal kamela art schuf und alicia fox also lächerlich einfach ja ist lächerlich also gerade weil die 30 ja schon was besonderes ist eigentlich verschenkt man mit diesem scheiß ich finde sowieso bescheid dass man so spot überhaupt preis gibt weil ich für die 30 weit für mich eine überraschung bleiben wenn es wenigstens ein guter name wie jetzt ein stroman ember moon charlotte aj styles bella bailey das waren vielleicht so die namen wo ich dachte okay könnt cool werden aber dann fängt schon an dass ember moon mit kurt hawkins team wo ich auch schon gedacht okay jetzt sind die schon raus dann apollo cruis mit bailey dann ja fahrrad mit charlotte wo ich auch gesagt hat ja fahrrad war auch noch okay gewesen finde ich als nummer 30 ja aber dann kommen solche sachen und dann werdet man so ab einfach ein scheiß dreck ja wer soll ja jetzt gewinnen das hat es einfach keine das ist eh nicht erwähnt wird dass man das jetzt einfach unter den teppich fallen lässt dass man es einfach nicht mehr erwähnt und sagt wie was hä nummer 30 davon haben wir doch niemals was gesagt wie kommt ihr denn da drauf Finde ich grundsätzlich scheiß dass man sowas macht aber in dem fall würde ich sogar sagen wäre gut Korrekt Ja dann würde ich mal sagen gehen wir nun zum nächsten match und zwar zum singles match Ich glaube sogar danach das einzige was abgesehen von den titelmatches keine stipulation hat also wo es nur ein reines singles match ist zwischen drew mcintyre und finn bella Ja eigentlich ein match wo man Bock drauf haben sollte ein match was recht gut werden sollte Ja Es wäre auch geiler gewesen wenn drew mcintyre vor zwei wochen nicht gegen dorf zickler clean bei raw verloren hätte Was übrigens auch wieder Exzellentes booking war dass er einfach aufgebaut wird aufgebaut wird aufgebaut wird nie an clean verliert jeden besiegt ja irgendwelche top stars sogar besiegt ja schielt teilweise besiegt oder pinnt vielmehr die ja eigentlich Eigentlich wenn er verliert wird er nie gepinnt Eben und dann bei raw dorf zickler vor allen dingen mit dem nie was gemacht wird der ein sieg kriegt und dann jobter wieder durch die gegend Nach die woche wird er zerstört Der holt jetzt den sieg gegen drew mcintyre das war ein segment die haben ein segment gehabt auf einmal waren sie gesplittet Nachdem sie vorher sie haben es die ganze zeit angeteast 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 dann kamen sie auf einmal bei raw raus waren getrennt waren gesplittet warum auch immer keine ahnung Vielleicht haben sie freitags in der disco zusammen Gechillt und schon mcintyre hat eine alte abgeschleppt von dorf zickler kann ja passiert sein das hätten sie ja zeigen können hätten sie erklären können Und dann haben sie das match und dorf zickler besiegt ihn einfach und ich denke mir nur so Warum Obwohl dorf zickler aus nichts wird jetzt hat das match gegen bella der kann jetzt natürlich wieder herhalten weil die wwe Es nicht schafft ohne 50 50 booking auszukommen es wird ja wahrscheinlich hier Bella wegsquashen könnte ich mir vorstellen so in sechs minuten match wahrscheinlich bella wird ein bisschen aktionen zeigen dürfen und kriegt dann den claymore kick und verliert und Ja mcintyre gewinnt und alle sind zufrieden Yippie 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 nicht mehr da, also kennt keiner mehr Jim Neidhardt. Macht Sinn. Sehr gut. Dann fängt Ruby Riad an, irgendwelche Tische zu bemalen mit Jim Neidhardt seinem Gesicht und da will sie dann Natalia durchhauen, weil sie sich dann besonders nahe kommen können, was auch perfekt gebuckt war, passend zu den momentanen Shows. Ja, exzellent. Ja, so kriegt man unter zwei Millionen Zuschauer. Auf einem guten Weg seid ihr. Und ja, who gives a fuck? Also Natalia muss das Match hier gewinnen, weil es halt um ihren Vater geht, aber ich könnte mir auch vorstellen, weil die WWE ja so gerne Heat aufbaut, dass einfach Ruby Riad hier gewinnt, sie durch den Tisch durchballert, wo ihr Vater steht, drauf gemalt ist und was weiß ich, dann keine Ahnung. Kommt Bret Hart raus, gibt mit Ruby Riad einen Handshake und feiern sich dann ab und Heal-Turn von Bret Hart, weil es Spaß macht und ja. Weil es keine Logik gibt. Ja. Das gibt's ja alles. Ja, das Match letztendlich sehr uninteressant. Die Fäde hat mich überhaupt nicht gejuckt. Ich hab's gesehen natürlich, aber ja. Ich sag's mal so, sehenswürdig war die Fäde nicht. Und ich tippe auch, dass hier wahrscheinlich eine Tell den Sieg holen wird, weil ich denke, mit Ruby Riad fängt man nicht viel an. Ich denke, man hat auch nicht viel mit ihr geplant. Letztendlich ich wüsste jetzt nicht, wofür man sie jetzt groß geplant wird und deswegen tippe ich auf den Sieg von Natalia. Schmeißen durch den Tisch durch und macht es im Namen ihres Vaters oder so. Keine Ahnung. Wolltest du was sagen? Nein. Okay. Gut. Kommen wir nun zum nächsten Match und zwar Bobby Lashley gegen Alice. In einem Leather-Match, wo die Gitarre über dem Ring hängen wird und der, der die Gitarre abhängt, darf den anderen damit schlagen. Hatten wir nicht so ein Match schon mal? Mit Jason Jordan oder so war das äh... Bobby Lashley gewinnt. I don't give a fuck. Ja, denn frisch gefaceter... Gefaceter, ist das überhaupt ein Wort? Gefaceter? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ein Match, was relativ unteres Hand ist. Die Fede hat mich überhaupt nicht berührt. War auch nicht wirklich sehenswürdig, finde ich. Wie so viele Fäden bei Raw. Muss man sagen, ich sag's ja irgendwie fast immer das Gleiche, aber das passt halt einfach, da das überhaupt nicht sehenswürdig war. Und ähm... Ja, ich denke, dass hier Bobby Lashley den Sieg holen wird, weil ich denke, mit Lashley wird man nicht viel anfangen. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass hier Lashley gewinnt, aber ich sag mal, wer hier gewinnt, ist egal, weil das bringt beiden eh nix. Oh. Kommen wir nun zum TLC-Match zwischen Baron Corbin und Braun Strowman. Wenn Baron Corbin gewinnen sollte, wird er Permanent General Manager of Raw. Wenn Braun Strowman gewinnt, kriegt er eine Chance gegen Brock Lesnar um den Universal Title beim Roy Rumble und Corbin ist den Job los. Ja. Bis jetzt ist ja noch unbekannt, ob Strowman antritt. Man hat nix mehr von dem Kerle gehört. Ich gehe mal von aus, dass es dieses typische Gimmick ist, von wegen Baron Corbin steht dann im Ring und sagt dann, oh, er kommt nicht und Referee, zähl bis zehn, er wird nicht kommen, macht das Countout, oh, ich bin der GM. Und dann kommt er raus, Quas stehen und gewinnt. So wird's hoffentlich passieren, weil Baron Corbin ist der schlechteste GM aller Zeiten. Das ist richtig. Er ist scheiße. Also ich sag mal, Star France hat ja so eine Promo gehalten. Und dann hat er gesagt, Bro, Baron Corbin ist ja shit. Und Baron Corbin ist shit. Als General Manager. Obwohl man sagen muss, dass die Ratings so nachfallen, ist ja nicht nur Baron Corbin schuld, sondern eher. Aber auch. Aber auch. Wenn ich sehe, dass Baron Corbin am Montag bei Raw erstmal ein Opening-Segment hat, was eine Viertelstunde geht, Backstage-Segmente hat zwischendrin und dann noch ein 25-Minuten-Main-Event hat. Also da denke ich mir nur so, ihr wollt doch die schlechtesten Ratings aller Zeiten kriegen. Das ist richtig. Aber andererseits ist natürlich die Creative dafür verantwortlich. Irgendwo her. Aber Baron Corbin kann's auch nicht gut verkörpern. Also, ich glaube, du hättest lieber alles mit Eimers gesehen, aber alles gut, oder? Jo. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, ich hoffe auch, dass Braun Strowman einfach sehr, sehr schnell squashed. Ich denke, er wird fit sein. Und ja, vielleicht versuch Corbin, ihn mit Stühlen und Leitern zu verprügeln, aber letztendlich kommt Strowman verprügelt ihn und squashed ihn relativ schnell. Deswegen mein Tipp, Strowman. Jo. Kommen wir nun zum Cruiserweight-Title-Match zwischen den Championen Buddy Murphy gegen Cedric Alexander. Könnte eines der besten Matches am Abend werden, aber es ist ein Cruiserweight-Match, also wird's wahrscheinlich sieben Minuten gehen und es wird keinen interessieren. Das ist halt das übliche Problem beim Pay-Per-View. Die In-Ring-Action ist gut, aber der Crowd wird's am Arsch vorbeigehen. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber ist eigentlich wurscht, weil selbst in den gescheiten Städten oder Staaten war's nie irgendwie ein interessantes Cruiserweight-Match und deshalb gute Action, kein Heat und was weiß ich, Matchzeit von acht Minuten oder so. Und ja, wird okay werden und Buddy Murphy wird verteidigen. Könnten eigentlich ein richtiges Feuerwerk raushauen, aber die WWE wird's nicht ganz zulassen. Wird, denke ich, ganz ordentlich sein. Geringe Matchzeit, keiner wird darauf eine Aufmerksamkeit geben, aber ich hoffe auf ein gutes Match und Murphy wird verteidigen. Dann würde ich sagen, kommen wir nun zum SmackDown Tag Team Triple Threat Match zwischen The Bar vs. New Day vs. The Usos. Ja, sollte ein ziemlich gutes Match werden. Kommt natürlich, wie gesagt, auch darauf an, wie viel Zeit sie kriegen. Ich meine, es ist eine... Ich meine, der Payview wird wahrscheinlich vier, viereinhalb Stunden gehen. Vier Stunden, denke ich mal. Es ist aber auch eine Zwölf-Match-Show, von daher mal gucken. Aber wenn die so 15 Minuten oder so kriegen, dann sollte das eigentlich schon ein richtig starkes Match werden und könnte auch Match of the Night werden. Ich gehe mal davon aus, dass die Titel verteidigt werden. Ich glaube, der Titel wechselt. Denke ich. Also ich denke, dass die Usos den Titel gewinnen werden. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, wird auf jeden Fall ein geiles Match, weil New Day ist ein geiles Team. In-Ring-Technik, The Bar ist super, Usos sind super. Hatten auch immer wieder so Bar gegen New Day oder Bar gegen Usos oder Bar gegen New Day. Äh, Quatsch, Bar gegen... Ähm, ne, Quatsch. Usos gegen New Day waren ja auch immer geile Matches, von daher denke ich, können die, wenn die eine gute Matchzeit kriegen, auch ein richtiges Feuerwerk abreißen und auch ein starkes Match raushauen. Deswegen, ich tippe mal auf die Usos. Gut, dann machen wir auch direkt weiter und zwar zum WWE Raw Women's Title Match zwischen Ronda Rousey und Nia Jax. Joa, joa. Nia Jax wird halt jetzt gepusht, weil sie Becky Lynch Legitimate in die Fresse gehauen hat und deshalb stellte man stellt man sie jetzt gegen eine MMA-Fighterin und, äh, ja. Die haben halt ein Match. Ja, die hatten ja schon ein Match in diesem Jahr, was ziemlich gut war. Bei Money in the Bank. Genau. Wenn es ähnlich läuft, dann wird es eine spaßige Angelegenheit, aber mal gucken. Ja, Ronda Rousey wird hier obviously verteidigen und, äh, joa. Danach wird es wahrscheinlich irgendwie, was ist das nächste, Baby Rumble ist der nächste, also wird es dann wahrscheinlich irgendwas Größeres geben, vielleicht mal gegen Sascha oder so oder gegen, äh, Bayley, keine Ahnung, aber Nia Jax soll doch gehen. Rousey will ja unbedingt gegen Sascha Banks antreten, hat sie mal in dem Interview gesagt. Vielleicht kommt das halt so ein Rubble zustande. Ja. Aber, ähm, Ronda Rousey gegen Nia Jax, denke ich, wird ein gutes Match, weil, wie man ja weiß, wird es ja wieder geprobt vorher. Hatten wir bei den debanken ein gutes Match gehabt, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie wieder ein gutes Match haben werden und hier wird Ronda Rousey ganz klar verteidigen. Denke ich mal. Und man wird den Heat von Nia Jax natürlich wieder was ausnutzen, aber Ronda Rousey wird die Sache relativ klar beenden. Denke ich mal. Ja. Ja. Ja, Nia Jax wird auch ihre Phasen kriegen, aber ich denke mal, Ronda Rousey macht's klar. Dann, Randy Orton gegen Rey Mysterio in einem Chairs-Match. Könnte eine coole Sache werden. Ähm, ich meine, Randy Orton gegen Jeff Hardy war auch sehr stark. Es funktioniert halt einfach, ja. Randy Orton, der als Arschloch agiert, als Badass und den Gegner quälen will und dann halt auf der anderen Seite ein absolut beliebtes Babyface und das ist halt Rey Mysterio eben und von daher kann das funktionieren ebenso wie jetzt ein Hell in a Cell zwischen Jeff Hardy und Randy Orton und, äh, ja. Sollte spaßig werden. Ich geh mal davon aus, dass Rey das Match gewinnt, da Orton ja immer so die Oberhand hatte in den Weeklys und die Maske geklaut hat und so einen Scheiß. Ja, Rey Mysterio gegen Randy Orton ist ja so eine ganz alte Fede, kann man ja sagen. 2006 kann sich ja noch gut erinnern, denke ich mal, wo Orton ja bei No Way Out gewonnen hat und die hatten ja immer wieder die Laufe der Jahre immer wieder Matches gehabt, die nicht schlecht waren, meiner Meinung nach. Ähm, Und ja, Orton und Rey Mysterio sind ja auch in guter Form. Rey Mysterio, glaube ich, gefühlt, äh, vom Körperbau her in der Form seines Lebens. Ähm, könnte, wie du schon gesagt hast, eine spaßige Angelegenheit werden. Ich weiß nicht, wer das gewinnen wird. Ich denke auch, Rey könnte es gewinnen, aber auszuschließen ist auch nicht, dass er in Orton jetzt gewinnen würde. Äh, kann gut werden, können mit den Stühlen noch einiges machen und wie gesagt, könnte ganz gut werden. Ja. Ja, kommen wir nun zum Intercontinental-Title-Match zwischen Sephirons und Dean Ambrose. Auch das sollte ziemlich gut werden. Äh, das Problem an dem Match könnte sein, dass es wohl das erste Match ist einer längeren Rivalität. Von daher könnte man wie bei WrestleMania bei Styles gegen Nakamura vielleicht sagen, äh, macht mal langsam, ihr habt noch drei Matches oder so. Von daher könnte es daran scheitern, irgendwie Weltklasse zu sein, aber Potenzial hätte es. Ja, die hatten schon selbst bei FCW hatten die schon sehr geile Matches, ja, und dann bei im Main-Roster später, ja, bei Money in the Bank hatten die mal ein extrem geiles Leather-Match. Die hatten ein cooles Lumberjack-Match, die haben ein Lumberjack-Match interessant gemacht, ja, also die, beim SummerSlam. Äh, Night of Champions, glaube ich. Weißer der Champions? Ja, ich glaube, ich glaube. Äh, die könnten hier die Bude abreißen und, ähm, ja, mal gucken. Also das ist auf jeden Fall eine vielversprechende Paarung. Gerade Rollins hat ja dieses Jahr ein unglaubliches Jahr und, äh, wird sehr motiviert sein, hier ein starkes Match zu zeigen. Ja, war beim SummerSlam. Night of Champions war eigentlich geplant, äh, Reigns gegen Rollins. Das ist ja ausgefallen, soweit ich weiß. Ähm, ja, das könnte, wie gesagt, eine spaßige Angelegenheit werden. Ich muss sagen, die Fäde war nicht ganz gut, fand ich. Aufgezogen, also mit der Maske und so, mit dem Stinken und so weiter. Hm, 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 hm. Fäde hatte mehr Potenzial. Das ist für eine absolut geilen Fäde zu werden, aber wir kennen ja die BW. Die nutzen das Potenzial nicht ganz aus. Match könnte richtig gut werden, die hatten in der Vergangenheit geile Matches gehabt. Wenn ich mich an, wie du schon gesagt hast, Lumberjack Match, Hell and the Cell Match, ähm, das Leather Match, und so weiter. Waren ja alles gute Matches. Haben eine super Chemie zusammen. Deswegen freue ich mich auf ein weiteres Kapitel ihrer Rivalität und kann richtig geil werden. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Ambrose hier gewinnt, einfach aus dem Grund, dass man eventuell mit Rollins tatsächlich plant, um den Universal Title anzutreten. Das er vielleicht noch beim Rumble eventuell noch ein IC-Title-Match kriegt oder im Laufe der Woche noch ein Rematch und dann ist vielleicht die Fäde kurzzeitig beendet, dann gewinnt ihr den Universal Title und dann machen die einfach die Fäde weiter um den Universal Title später. Das werden ja alles Ideen, die gut werden, das heißt, sie werden nicht umgesetzt. Aber ich denke, dass Dean Ambrose sich hier den Titel holt. Ja, willst du noch was hinzufügen zum Match? Nein. Dann würde ich sagen, kommen wir nun zum WWE SmackDown Women's Title Triple Threat Match TLC Tables Nails & Chairs Match zwischen The Man Beck Lynch gegen The Empress of Tomorrow Asuka und The Queen Charlotte Flair. Ja, vor, keine Ahnung, drei, vier Monaten hätte ich doch gesagt, ja, sollte gut werden, aber meine Erwartungen wären nicht so riesig gewesen. Aber nach dem Becky Lynch Charlotte Match von Evolution weiß man, dass die Damen auch mit Gimmick Matches sehr, sehr gut umgehen können. Deshalb könnte das hier ein extrem geiles Match werden. Becky Lynch in ein TLC Match zu stecken nach einer Gehirnerschütterung ist gewagt. Ja, würde ich jetzt nicht machen. Haben sie gemacht, okay. Wird ein geiles Match, denke ich. Also die werden sich gut geben, haben sich bei SmackDown ja schon weggerotzt mit Kendo-Sticks und was weiß ich allem und es wird jetzt natürlich keine Mega-Leaderspots geben, aber es sollte ein sehr hart geführtes TLC-Match werden. Mal gucken, ob es ein Titelabhängen Match wird oder ob es ein Pinfall-Match wird. Mal gucken. Aber es sollte sehr stark werden. Sieger ist schwierig. Asuka wäre cool. Eigentlich kannst du Becky Lynch den Titel nicht abnehmen, es sei denn, sie verliert den Titel, gewinnt den Rumble und tritt dann bei WrestleMania gegen Ronda Rousey an. Das wäre geil. Da würde ich sogar den Titelverlust in Kauf nehmen, aber eigentlich darfst du den Titel nicht verlieren, wenn doch, am liebsten an Asuka. Wobei es wäre eigentlich egal, Charlotte wäre auch cool, weil dann könnte Asuka gegen Charlotte fehlen und die könnten dann so quasi ihr WrestleMania-Rematch machen, wo dann Asuka vielleicht gewinnt. Also das wäre auch gut. Also egal, wie das Match ausgeht eigentlich, es kann eigentlich nicht scheiße enden. Es ist gewagt, sowas zu sagen. Sehr gewagt. Ja, bei der WWE sowas zu sagen, aber es kann eigentlich nicht scheiße enden. Ja, also, ja, es kann eigentlich nicht scheiße enden. Ich lehne mich hier mal weiter aus dem Fenster und, ja. Du bist sehr mutig. Mir ist wurscht, im Endeffekt, am liebsten wäre mir aber Asuka Charlotte. Asuka? Charlotte? Charlotte. Am liebsten wäre mir Charlotte. Naomi. Naomi, ja. Lana cashed ein. Einfach mal einen random Namen reinwerfen. Ne, ähm, ja, Evolution, wie gesagt, Evolution, das Match war richtig geil. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so geil wird. Da hat man einfach gemerkt, wie sie auch mit Game-Matches umgehen, dass gerade auch eine Backlitch und Charlotte nicht zu schade sind, Spots einzustecken und auch auszuteilen, wenn ich so ein Charlotte an Survivor Series denke, wie die ausgeteilt hat. Äh, aber auch eine Asuka ist nicht zu schade, wenn ich die Spots einstecke, wenn ich mich auf so an NXT erinnere, mit Nikki Cross, was die da für Spots eingesteckt haben. Da ist sich auch eine Asuka nichts zu schade. Deswegen kann es ein richtig gutes Match werden. Es sind drei starke Wrestler dabei, drei, die stärksten Charaktere momentan in der, in der WWE fast, kann man sagen, zumindest bei SmackDown auf jeden Fall. Becky Lynch, die ein riesiges Momentum hat. Äh, Charlotte, die auch seit ihrem Match bei Evolution Rush noch immer stärker wird, Asuka, die jetzt wieder ein bisschen mehr Momentum hat, ähm, kann eigentlich keiner verlieren, wie du schon gesagt hast. Ähm, Becky Lynch verliert nur den Titel meiner Meinung nach, wenn sie die bei WrestleMania gegen Ronda Rousey antritt. Sonst glaube ich eher nicht, dass sie, ähm, den Titel verliert. Weil dieses Champion gegen Champion wird bei WrestleMania nicht geben, das geht schon gar nicht wegen dem Rumble Match äh, bei den Women's Restaurant, sonst hätte es ja die Möglichkeit geben, dass man Champion versus Champion bei WrestleMania einfach macht, aber das geht ja nicht. Ähm, deswegen glaube ich, dass hier Asuka gewinnt, den Titel, und dann Becky Lynch und Charlotte dann so ein bisschen um das Royal Rumble Match kämpfen, dass sie dann den Sieg holen wollen, um gegen Ronda Rousey anzutreten, ähm, oder bei Becky Lynch wird hier so protected, dass sie nicht schlecht aussieht, deswegen denke ich, dass man den Titel abhängen kann, um einfach die Möglichkeit auszuschließen, dass man Becky Lynch oder Charlotte pinnt, um beide noch gut darzustellen. Aber das Match kann richtig geil werden. Ja. Auch potenzielles Match auch dann halt tatsächlich. Ja. Kommen wir nun zum vermutlichen Main Event und zwar das WWE-Titelmatch von The New Daniel Bryan gegen The Phenomenal AJ Styles. Ja, ein Dream-Match, was, ähm, wieder mal deliveren sollte. Ähm, bei Nakamura gegen Styles hat man es ja auch gedacht, das kann nicht kacke werden quasi oder das kann nicht enttäuschen. Und trotzdem hat es das viermal getan. Aber seit die Bryan gegen Styles-Matches, die wir bis jetzt hatten, die waren alle sehr gut. Also so gut, wie man sich erhofft hatte. Und deshalb sollte das ja auch, ähm, nicht enttäuschen. Ja, es sollte vielleicht sogar mal wieder der Main Event werden. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch das Women's Triple Threat in dem Main Event kommt. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es auch nicht. Nicht, weil irgendwie die Women's Kacke sind, sondern weil halt Bryan gegen Styles geiler wäre. Ja, Bryan gegen Styles um den World Title im Main Event von einem großen Pay-Per-View. Das sollte eigentlich dann richtig geil werden. Haben die auch mal verdient. Genau, Styles hat ja in seiner Titelregentschaft kaum Main Events gekriegt. Das ist richtig. Ähm, das sollte auf jeden Fall ein geiles Match werden. Also ich würde behaupten, dass das hier das Match of the Night wird. Wenn es jetzt nicht irgendein verficktes Finish gibt. Ich glaube es aber nicht. Ähm, weil Bryan einfach und Styles einfach smart sind. Ich denke, die werden da kein Bullshit machen. Die werden da schon was Gescheites bringen. Und es sollte auch das letzte Match so zwischen den beiden vorher sein. Ich denke, beide werden dann in eine andere Richtung gehen, was Fäden angeht. Und von daher gibt es hier, denke ich, ein einigermaßen cleanes Finish. Also wenn Bryan gewinnt, dann wird es natürlich vorher irgendwie ein Low-Blow-Game oder so. Aber es wird ein clean Pin-Fall geben, denke ich. Es wird kein DQ oder Countert oder so eine Scheiße werden. Und ich hoffe, dass Bryan hier seinen Titel verteidigt. Weil ihm direkt wieder den Titel abzunehmen, würde halt sein komplettes Momentum als Ziel nehmen. Ja, er ist ein ziemlich geiler Heel momentan. Styles braucht den Titel nicht unbedingt wieder. Ja, der hatte den jetzt ein Jahr lang. Und von daher sollte Bryan verteidigen. Match sollte sehr stark werden. Ich hoffe mal so in die viereinhalb Sterne Richtung. Ich denke, dass es nicht so viel verlangt, da sie das Match auch viereinhalb Sterne Niveau schon hatten bei SmackDown. Vor Crown Jewel zum Beispiel. Genau. Und ja, darauf freue ich mich sehr. Ich muss sagen, das Match freue ich mich auch. Das kann ziemlich geil werden. Wie gesagt, bei Crown Jewel hatten sie eins, bei WrestleMania nach der also SmackDown und Ryan Revers May hatten sie ein geiles Match. Auch bei wo Bryan Tittler war ein gutes Match. Deswegen ein weiteres Match die ihrer Triologie, was gut werden kann, wo auch ich auch Bock habe, was der Main Event einfach schön wäre zum Abschluss des Jahres einfach das als Main Event wäre einfach schön. Würde mich freuen. Und ja, Sieger wäre mir eigentlich egal. Wenn Bryan gewinnt, dann ist es gut für ihn. Würde natürlich für seinen Heel da sein gut stärken. Aber da ich auch AJ sehr mag und auch Styles Fan bin, würde ich auch mich freuen, wenn Styles den Titel wieder gewinnt. Obwohl ich auch denke, wieder den Titel wieder inzugeben. Hm, 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 hm. Weiß man auch nicht so unbedingt. Weil es kommt natürlich immer darauf an, was haben wir Styles überhaupt plant. Wie gesagt, Styles hat den Titel ja 371 Tage gehabt. Also relativ lang. Oder 72. Ich weiß nicht, wie lange Styles den Titel hatte ungefähr. Muss ich mal gucken. Styles hatte den Titel 371 Tage tatsächlich. Ähm, also relativ lange hat er den Titel gehabt. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was man mit ihm plant, letztendlich. Ähm, aber ich glaube, es war noch nicht das Ende. Ich denke, dass noch beim Rumble noch ein Match kommen wird. Kann ich mir noch vorstellen. Dass sie jetzt vielleicht nochmal ein Match haben, vielleicht ähm, da müsste es ja eigentlich unclean auch enden eigentlich, ne? Wenn, wenn die noch ein Match haben sollten. außer halt Styles gewinnt. Ja. Ist schwierig, ist schwierig. Einerseits möchte ich nicht, dass Brian seinen Titel gewinnt. Andererseits würde ich natürlich nochmal gerne ein Match sehen von denen, wenn es geil wird. Aber du hast jetzt Brian gesagt, ne? Ähm, wäre eigentlich ein logischer Tipp, dass Brian halt gewinnt, ne? Weil letztendlich, er hat sein Heel-Momentum, ähm, wird gut aufgebaut, ist ein super Heel, ähm, ist einfach mal ein frischer Charakter, auch ein guter Heel, nicht so, ich finde, er ist auch kein 0 auf 15 Heel. Ne? Also er ist doch schon was anderes, finde ich, als jetzt, sag mal, auf jeden Fall. Nochmal? Auf jeden Fall. Ja, du bist weit weg vom Mikro, deswegen. Ähm, von daher würde ich schon Brian eher den Titel geben, weil, ich sag mal, Styles wird's nicht schaden. Styles hat jetzt momentan, er ist einer der wenigen Wrestler, der vielleicht in seinen zwei Jahren in der WWE vielleicht die besten zwei Jahre hatte, ähm, immer präsent war, immer so Main Picture war, was ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn man überlegt, wie manche Wrestler in den ersten zwei Jahren gestartet sind, da würde ich jetzt eher fast nur Brock Lesnar sagen, die so, die so durchgestartet sind. Klar, wenn Styles, wenn ich diesen Roster-Spit nicht gegeben habe, weil Styles wahrscheinlich kein Champion gewesen, klar, aber, spielt jetzt am Ende keine Rolle. Styles hatte die zwei Jahre richtig stark gehabt und, ich hoffe, der bleibt auch weitere Main Picture erhalten. Ähm, deswegen, tippe ich auch mal auf Brian, dass er gewinnt. Aber ich glaube, da passiert irgendwas. Könnte sein. Ja. Gut. 35 Minuten aufgenommen. Das war die Preview. Wie gesagt, ich versuche es jetzt möglichst schnell hochzuladen. Es soll jetzt nicht oben ein Uhr kommen oder so. Ähm, ja. Willst du was loswerden? Äh, nee. Ich auch nicht. Ich hoffe, ich habe gut durchgehalten mit der Erkältung. Ich habe, ja, zwischendurch, habt ihr wahrscheinlich auch gehört, bin ein Bombenbaum reingeschmissen, damit ich jetzt nicht so am Husten bin die ganze Zeit. Oder, äh, so ein Anfall manchmal. Ich hatte, glaube ich, zwei, dreimal Husten müssen. Das habe ich gemutet. Hoffentlich schneide ich es auch raus. Äh, wie gesagt, wenn ihr mal eine Bombenbombergeräusche gehört habt, dann verzeiht es mir. Ich habe es versucht, zu unterdrücken, dass es nicht zu laut wird oder dass ich nicht die ganze Zeit am Husten bin. Oder wenn ich am Reden bin, dass ich dann so einen Hustenreiz habe, was ich jetzt gerade momentan ein bisschen merke. Aber, hat gut geklappt und hoffentlich wird es die nächsten Tage wieder besser, dass ich dann vielleicht bei der Review wieder topfit bin. Ja, willst du was loswerden? Mmh. Dann würde ich sagen, wir uns dann spätestens bei der Review. Bis dahin, haut rein und ciao. 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 Ciao.